In erster Linie aber ist der Zeitpunkt gekommen, um Hertha und Marius ein steiles Dankeschön zu sagen. Wo sind sie beiden? Jetzt schauen wir mal, wie zeitgenössisch die Tango-Community hier ist. Wer ist denn aller auf Facebook? Noch einige sollten es daher wissen. Wie ist das? Tango-Bar ist... Superbar! Ja, genau. Hertha und Marius haben uns über 500 tolle Erlebnisse geschenkt. Abende in der Tango-Bar an zwei Orten, die Bälle, die Karnevals und vieles mehr. Tausend Dank, eine Kleinigkeit haben wir gesammelt, das sind die Sprüche, die auf Facebook kamen. Warum denn die Tango-Bar so wunderbar ist? Und wir haben eine Bitte an euch. Ich nehme an, das werden alle mittragen. Bleibt doch genauso tango-affin wie bislang. Damit wir oft mit euch weiterfeiern können in der wunderbaren Tango-Bar. Danke. Applaus Ja, jetzt gibt es noch, wie es bei einem Geburtstag so ist, eine Torte. Eine, eine große Torte. Sie wird hinten aufgestellten und steckt hier alle schon auf den Brunnen. Schüttel, die Gärten. Hier gibt es die Torte. Danke schön. Applaus Applaus HAPPY BIRTHDAY Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.